Ja guck mal hier, One-Hit, One-Hit! Ja, nachdem ich schon dreimal drauf gehauen hab, ja. Und ich hab sogar nen Ender-Kopf-Head, äh, Ender-Head gekriegt. Houston! 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 Nein! Ah! Ich brenne, Hilfe! Ah! Hallo, Madia! Hallia, hallo, Varona! Hi! Ähm... Guck mal, was ich habe. Was hast du da in der Hand? Gib das her. Spaghetti! Ja! Ich hab aber grad gegessen, brauch grad nix. Oh! Ich hab grad zu viel Mühe gegeben zum Kochen. Wir haben vorgesprochen, was wir machen wollen. Ähm... Weißt du's noch, oder weißt du's nicht mehr? Ich hab's vergessen. Haha! Ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns an den Quests entlanghangeln, dass wir ein bisschen Neumatic-Craft machen und so weiter. Mh, genau. Du wolltest Neumatic-Craft machen und ich hab gesagt, dass ich Ding mach. Ähm... Toll. Ich weiß nicht mehr, wo's geht. Inva geht über, ich glaub über Gravel. Das musst du sieven. Ja, ich weiß. Dazu brauchst du hier den Stonehammer. Und den... Äh! Ich wollte doch gar nicht auf den Stuhl. Geh weg! Hallo! Mhm. Da. Shift. Ähm... Ich wollte hier den... Da. Open... Blending Ores wollte ich fertig machen. Genau. Dazu brauchen wir Gravel, hast du gesagt. Wie ging nochmal der Hammer? Einfach Cobblestone hinbauen und dann mit dem Hammer draufhauen. Nein, ich wollte mir einen neuen Hammer machen. War voll auf... Die Hammer nicht gut genug, oder was? Voll auf dem Holzweg. Steinweg. Ne, war natürlich nicht... Reicht natürlich nicht. So, dann hau ich mal hier drauf. Ja, einen Nickel brauchen wir noch. Weil vier haben wir schon. Sehr schön. Ähm... Im Endeffekt wollen wir darauf hinaus, dass wir uns einen Harvester bauen. Genau. Ein Harvester und eine Baumfarm. Die brauchen dann auf lange Sicht. Und für die Maschinen brauchen wir halt, ähm, den PCR in dem Machine Casing. Und, äh, den kriegen wir regulär erstmal nur über das New Metal Craft. Das kann man in der Pressure Chamber herstellen. Allerdings, ähm, gibt's da auch ein oder zwei Quests, die uns da welche zur Verfügung stellen für den Anfang. Genau. Und ich meine, dass es eben nach dem Blending Ores noch einen Quest gab, der uns einen Machine Casing gibt. Womit wir eben nicht vorher noch die... Guck, guck, Hammer kaputt. Oh. Oh. Gut gewesen, dass ich noch einen gemacht hab. Hast du eigentlich noch das ganze Eisen einkassiert? Äh, ne Hälfte. Glaub ich. Brauchst du die? Ne, aber ich bin gleich durch hier. Dann schmeiß ich sie dir hin. Danke. So, die letzten zwei, glaub ich, ja. Hier, 19. Ja. Weil, die muss ich nämlich jetzt, äh, mit nem TNT in die Luft jagen. Geh bitte raus und mach da immer noch ein paar, paar Spinnen mit. Pfff. Paar feine Spinnen. So. Marini hauen hier. Wart man schnell ein Bohnenburrito gegessen? Mh. Mach mal da das Eisen bisschen aus. Eigentlich die Steindinger können wir auch mal raus machen. Die vercrafte ich mal zu Cobblestone. Jo, ich hab noch einen Broken Nickel. Okay. Und da war noch drei. Nickel or Gravel. Hä? Okay. Das musst du nochmal zusammensetzen, äh, und das glaub ich nochmal hämmern. Echt? Ja. Ist Erfolgschanze 100? Ähm, ja. Was hab ich jetzt? Crushed Nickel or. Was mach ich daraus? Nochmal zusammensetzen und nochmal. Nickel Sand or. Hä? Und Nickel Sand or in den Ofen gibt? Ein Nickel. Toll. Man kann damit halt, äh, wenn man das Ganze mehrmals hämmert und mehrmals zusammenfügt, mehrmals hämmert, kommt man halt insgesamt, glaub ich, so anderthalbfache bei raus. Ich hab jetzt fünf, äh, Crushed Nickel or gekriegt. Weil ich hab aus 32 Iron, hab ich jetzt 30 Compressed Iron her. Sehr schön. Da. Kaum Verlust. Dann kann ich jetzt grad schon eine Quest nachdrehen. Nämlich die Exploding Iron. TNT, Compressed Iron. Und da kommen noch 16 Compressed Iron Inge dazu. Sehr gut. So, die Kohle nicht verschwenden. Gleich nochmal sechs Dinger rein. So. Ich drehe den Crank. Ach, ist schon fertig. Pulverized Ferrous Metal. Äh, wir haben nur noch ein pulverisiertes Eisen. Draußen in der Kiste. Ah ja, stimmt. Dann muss ich noch eins. Eins klein machen. Wär auch ein bisschen doof. Ähm, äh, da. Haben wir noch Glas? Nein! Geh weg! Wut, wut, wut. Ein Glas! Hä? Ach so, hier, warte, dein Glas. Geh ich halt hier ans Essen. Jetzt bin ich mal wieder hier. In Wabland. Im... Air Compressor. Ah ne, ich muss doch ein... Ein Stück Eisen. Kleinmal. Schneller, dreh dich, dreh dich, dreh dich! Haruk. Gut. Fertig. 1,1. Und das hier. Juhu! Drei In Wabland. Dann schließen wir den... Mal ab. Warte. Äh, ich brauche einen Portable Tank. Äh, Harden, äh, Portable Tank. Und In Wab. Ah, ich brauche noch mal. Ach, ich brauche noch mal. Ach nee. Ich brauche noch mal, ähm, drei In War. Und jetzt kann ich die Schere nicht machen. Hm. Und ich brauche noch mehr Nickel. Ähm, warte. Der... Ah. Portable Tanks haben wir zwei Stück. Das sind die... Ah, ich habe hier noch Gravel drin. Ne, was mache ich denn? Rein da. Es gibt ein bisschen Gas hier. Ja. Ja, ich muss den Tank wahrscheinlich nur einmal aufsammeln. Hm. Wo war der? Äh, hinten bei... Die... Die... Die Wassertanks. Das sind Portable Tanks. Die musst du noch, äh, Harden machen. Hm. Ich weiß aber nicht wie teuer ein normaler, äh, Portable Tank ist auch mit ihnen. Ne? Ne? Um es vielleicht einfacher wäre den neu herzustellen. Ja, der ist vier Glas um einen Kupfer. Ich glaube das ist... Oder? Ja, Glas um einen Kupfer. Mach den lieber neu. No. Schuss. Wasser haben wir genug hast du gesagt, gell? Äh, ja. Sind schon wieder alle... Toll. Ich hole tausend Wasserflaschen raus und alle kriegst du. Achja, wenn ich direkt da drunter sitze. So. Einer voll. Nächste auch voll. Sehr gut. Ähm. Oh. Oh. Eine Good Reward Bag. Oh. Die haben Wolle bekommen. Alle 16 Farben mal 8. Ach. So viele. Ja. Ja. Ich hab meine Kiste irgendwie... Oh. Ach Quatsch. Ich krieg ja aus einem... Das krieg ich doch... Krieg ich doch eins raus. Dann kann ich mir eine Schere machen. Ähm. Was brauch ich denn noch denn? Tank. Ja. Vier Inva. So viel Wolle. Äh. Ich hab auch noch Wolle. Hier rechts rein. So. Drei Inva gibt... Nee. Schon mal die Inva Schere. Und jetzt brauche ich noch den Tank mit vier Inva. Eins hab ich noch. Und ich hab noch vier Nickel. Sehr schön. So. Und wo ist der Hammer? Da. Okay. So. Äh. Rein da. Hoffentlich reicht das jetzt voll. Was? Nein. War ja klar. Äh. Ein Stick reicht für ein Brennen oder? Nee. Zwei Sticks. Wollte jetzt nicht noch eine ganze Kohle hierfür verschwenden. Zwei Sticks reicht. Sehr schön. Ähm. Dann da nochmal rein. Eisen brauche ich auch noch zwei. Äh. Den komischen... Wie heißt das Teil? Grindstone. Der ist nervig. Aber er funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ja. So. So. Nochmal drei Inva. So. Dann brauche ich nochmal. Machen wir nochmal ein bisschen Kupfer. New Metal Servers bekommen wir hier. Ähm. Wo haben wir denn die Knochen? Da. Äh. Äh. Was sehe ich denn da? in der Crafting Section. Aber eins davon brauche ich gerne. Pfff. So. Jetzt müsste man eigentlich hier... Claim a reward. Äh. Ich lag falsch. Nach dem Blending Ross kommt nichts mehr. Oh. Hä? Aber... Ich hab das doch mal so gemacht. Dann guck doch mal nach der ähm... Quest unten links. Äh. The End of the Beginning. Mit dem Plastik. Du hast doch gemeint. Du hättest irgendwo ein äh... Ein Baum. Ein... Gummibaum. Sapling. Es kann sein, dass danach das ganze kommt. Dann können wir es mal anpflanzen. Das wäre... Auf jeden Fall vorteilhaft. Wenn wir noch einen Zombie killen hätten, war ja noch äh... Eine Quest äh... Eine weitere Quest. Abgeschlossen. Öh. Ich wollte doch da hochspringen. Hier falle ich bestimmt gleich runter. Der wird jetzt echt, dass ich die... Pressure Chamber schon aufbaue. Unnötig. Ähm. Ich hab doch grad noch ne Schalte drauf. So. Volles Jump'n'Run hier, die Bäume hoch zu klettern. Mhm. Mhm. Ich nehm' hier auch mal noch das Laub mit. Kann ja auch nicht schalten. Ne. Brauchen wir sehr schliebe. Ja. Zumindest so lange wir noch keinen Haareste haben. So. Weg. Du auch weg. Du hast recht. Zu viel Laub. Wir könnten ja gleich mal noch rausgehen. Du hast irgendwas gemeint von äh... Zombies? Ja. Einen Zombie müssen wir noch umbringen. Und dann haben wir eine weitere Quest abgeschlossen. Es gibt diese Fragment Quest. Da müssen wir, ich glaub fünf äh... fünf Monster äh... vier verschiedene Monster fünfmal umbringen. Einen Endermans... hab ich grad irgendwo gesehen. Ja, ich glaub den können wir ignorieren. Oder sollten wir ignorieren. Ach komm, no risk, no fun. Mhm. Ähm, hier. Oh, da ist jetzt grad schon ein Zombie vor der Tür. Oder ist grad zwei? Ja. Schwere gleich auch soweit. Komm, ich öffne gleich die Tür. Okay. Ups. Da hat einer das Licht ausgemacht. Warte mal. Bisschen Maisbrot. Ach. So ein kleiner Zombie steht auch rum. Du machst auf, gehst zurück und ich mach dann zu. Okay. Wenn sie einkommen. Au. Au. Dass das gleich vier waren, damit könnte keiner rechnen. Äh, ich hab auf jeden Fall, glaub ich, ne Kartoffel gekriegt. Ah, schön. Du, 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 du. Aber Glück gehabt. Äh, almost done. Jetzt müssen wir noch ein Endermans töten. Nein. Ach, doch. Das wär zu einfach gewesen. Ähm. Ähm. Und ich muss grad nochmal, ich snack mal ne Pizza. Äh, das sind Spaghetti. Das sieht aus wie Pizza bei mir. So ne Spaghetti. Die. Ist aber so ähnlich wie Pizza. Äh, kann. Ist so ähnlich wie Pizza. So ein Geschwätz. Kannst du mir bitte mal noch, ähm. Ich hab einen Rabberbaum. 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 Kannst du mir bitte mal noch die Quests abschließen aus der anderen Questline und mir das ganze Compressed Iron geben? Nö. Oh, danke. Äh. Welche war denn? Ist mir. Äh. Äh. Was hast du genommen? Pressure Corsh oder Reward Bag? Äh. Und dann? Machst du die Reward Bag einfach mal auf? Ne. Plastik-Sheet oder? Äh. Wo? Ne. Ich kann schon. Ach so, ne. Kann ich ja noch gar nicht abschließen. Dann wählt er das Plastik nicht. Ja. Dafür brauche ich die Pressure. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Gib mir die Sachen bitte. Danke. Äh. Das gute Eis. Hä? Jetzt hätt's mal nicht hier. Jetzt mach mal hinne. Hä? 4,44% Chance to get this reward. Ja. Was hast du bekommen? Äh. Toll. Zwei Wasserflaschen. Sehr schön. Ich dachte, das wär ein Ding, was man länger hat. Äh. Ne. Reward Bags sind, äh. Das sind, äh. Goodie Bags. Die geben dir, wenn du die ausmachst, das sind, das ist ein random Chance, äh. Bestimmt, äh. Belohnungen zu bekommen. Da können gute Sachen dabei sein. Da können schlechte dabei sein. Ich hatte eben die Wolle bekommen. Äh. Ich bin hier grad mal an so ein bisschen. Möchtest du doch nicht? Ja. Wenn hier ein Enderman über den Weg läuft, tötet den. Gerade sind's nur Zombies. Äh. Ja, doch, da ist er noch. Oh ja, ich seh. Ähm. Ähm. Du siehst den. Ich nicht mehr. Ah, doch, da oben steht er drauf. Jetzt ist er wieder weg. Er hat sich hier bei uns ins Rein teleportiert. Geh weg. So. 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 Ich seh in seinem Haus, oder? Ich seh in ihm nicht mehr. Der. Ja. Geh weg. Dose spinne. Dich will ich doch grad gar nicht. Er ist bei uns neben dem Bett. Na super. Nebenbett. Unten. Ja. Im Bettraum. Und ich bin gleich tot. Jaaa. Ja. Du bist voll der Todesmeister. Weißt du das überhaupt? Ja klar. Komm jetzt. gar nicht. Jetzt geh du mal kurz zu uns hier runter und töte ihn. Ja, ja, ich mach ihn kurz. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Töte ihn. Ja, guck mal hier. One hit, one hit. Ja, nachdem ich schon dreimal draufgehauen hab. Ja. Und ich hab sogar ein Ender-Kopf- Ender-Head gekriegt. Schmück dich doch mit meinen Lorbeeren. Ja, mach ich doch. Ist klar. Was soll ich denn noch machen, außer mich damit schmücken? Warte, warte, warte. Ich schmück mich damit. Hübsch, siehst du aus. Ja, jetzt siehst du ja noch gar nicht. Guck hier. Ja, eindeutig. Ich schmück mich. Im wahrsten Sinne des Wortes mit deinen Lorbeeren. Siehst du aus wie der Dieb in der Nacht. Ja. Also warte mal, jetzt haben wir den eigentlich den Quest complete, oder? Ja, jetzt können wir. Warte. Ich bin zu blöd, um die scheiß Quest zu checken. Die geben nur Schrott, ehrlich gesagt. Die Copper Swordplate braucht man nicht. Die Fletchings sind auch unnötig. Dann nehmen wir die Needle Gun. Das ist ein Schuss und der lässt einen Amboss droppen. Ein was? Achso. Der lässt einfach auf den Gegner einen Amboss droppen. Und das ist unnötig, ganz ehrlich. Mir egal, hab's trotzdem genommen. Nehm ich die. Ja, komm, mein Ding. Ähm, warte mal. Ja, ich hab's erste Rubber. Irgendwo war doch hier. Das geht hier gar nicht. Zumindest nicht richtig. Ähm, was brauch ich denn? Ähm. Ich hab nen Blazerod. Wo hab ich nen Blazerod her? Schwerlich doch. Nö, aber frag mich nur, woher? Ähm, wo hast du denn die Enderperle hin? Fahr meine mal da rein. Ich kann nämlich das Rubber und den Sapling gar nicht aufsammeln. Wär ein bisschen ungeschickt, wenn das alles verloren geht. Korrekt. Das muss nicht sein. Ne, ich hab sieben Raw Rubber und sieben Rubber Holz. Toll. Rubber Leaves. Unnötig. Ich hab's geschafft. So, ich ernte hier mal noch ein bisschen was ab, wenn's hier noch irgendwas abfällt. Der ist auch fertig. Der nicht. Oh, ich hab die Tür vergessen zuzumachen. Das ist ungünstig. Oh, Starfoods. Ach, ich kann doch wieder gar nix aufsammeln. Wie doof bin ich denn? Ähm. Ne, kann man die nicht? Doch. So, was können wir noch? Die, das können wir auch wegwerfen. Uh, ich hab zwei Orangen. Uh. Übertreib's mal nicht. Ich doch nicht. Guck mal, ich hab hier noch deine Niedelgang Ammo. Muss mal hier ein bisschen Platz machen. Was hast du? Achso. Niedelgang Ammo. Ich hab da ganz so viel. Ähm. Ähm. Swabber machen wir mal da rein. Nein, die Wolke ist schon wieder vorbei, ja. Angeblich. Naja. Sagt man so. Passtig. Ähm. Ja. Ich würd sagen, wir hören, jetzt machen wir hier mal einen Cut und machen ja gleich noch eine Folge. Okay. Für morgen. Und dann passt's ja. Also, wie's weitergeht, erfahrt ihr morgen. Vielleicht sind wir dann noch ein bisschen weiter. Mit dem Bauen hier. Bis dahin. Ciao. Minecraft. Bye. Bis dahin. Bis dahin.